hallo und herzlich willkommen zur nächsten folge vom challenge projekt auf dem zwei hof mit dem ikato place xd dem hans peter tiger farm lu zwei stern hof hallo und dem jürgen reisex hallo ich habe jetzt gerade gelesen was hier rum steht falls ihr euch wunderbar über meinen namen ich ich bin hans peter rp ich bin die tiger farm heiße ich und ich bin in zwei ständen tiger farm sie haben oder herr hans peter sie haben im moment keine auftrage ja das ist richtig ich hätte gerne im moment haben sie einen radlader oder sowas immer noch nicht dann wenn sie mir wenn sie mir einen kaufen ich miete ihnen ein ich verstehe ich verstehe was sie machen können sie den gibt im moment auch noch eine schaufel wenn sie das machen wollen was ich denke damit bitte zum bga zum bga ok zum bga ja zum bga wenn sie dort angekommen sind sagen sie mir was sie für die fahrt kriegen 100 okay danach bitte alle den drescher um platzieren auf feld 7 ok und abtanken natürlich vorher und danach bitte mit eigenem schwader die grasflächen schwaden war zwar jetzt eine menge aber soll ich nicht für dich für jahr schaufeln nee das mache ich auf feld 7 dann bitte bescheid geben dass ich dort den helfer einstellt zum ernten ja das kann ich mich dann in der whatsapp gruppe bescheid ich glaub ich hab gleich ne problem mit meiner abonniere und und bei der arbeitsplatz Nein, eigentlich nicht. Ich glaube, ich habe gleich ein Problem. Ich glaube, der Anhänger ist voll. Wie habe ich ihn jetzt? Ich weiß endlich, wie waren die Blinker? 1 und 3 und die 2 waren Blinker. Vorher war das ja immer X oder Y. Echt? War bei mir immer die Tasten. Ah, jetzt ist das auch noch fertig. Das kriegt man nicht mehr hin. Jetzt muss ich das auch noch erbernden. So eine Katastrophe hier auf dem Feld. Gibt es meinen Traktor eigentlich noch? Ah ja, hier. Ach ja. Wieder die gleiche Arbeit wie immer. Dieses LO immer mit der Schaltung. Ja. So, damit sollte die ganze Geschichte jetzt einfacher funktionieren. Sollte man mehr als nur eine Ladewelle. Die betonen wir nicht, dass es steht. Hm, das wird, denke ich, so. Nein, wie das? Hm, ich habe da ein bisschen kleines Equipment gemietet. Nein. Wieso bin ich so glöte Firewall im Feld? Ach. Da kann ich mal einen Snapshoots machen. So. Eigentlich mag ich es nicht mehr mit der Tastatur, den Frontlader zu bedienen. Aber manchmal ist es besser. Wir müssen gleich mal kurz reden. Wir müssen reden. Ja. Ja. Keine Lust. Über was denn? Ich nicht. Da werde ich mal reden ohne das Leben. Ohne was? Etwas, etwas zu tun. Mit wem? Mit ihm gern. Mit mir? Ja. Weshalb sie verlieren, oder? Ist das was Privates? Weiß nicht. Was heißt denn privat? Außerhalb der Aufnahme? Äh, ja. Dann müssen sie sich ein paar Minuten gedulden. Wie lange haben wir denn noch? Oh, keine Ahnung. Ich bin beschäftigt. Haben wir diesen zweiten Bildschirm? Doch, aber dann kann ich ja den ersten Bildschirm nicht bedienen. Ich muss mich nur kurz drüberlegen. Ne, die Zeit ist gerade. Ich bin innerhalb von 2 Folgen 3.000 Euro durchgegangen. Tja. Aber schon krass, dass sie für eine halbe Stunde sehen. Direkt schon neu hinwerfen. Ja. Ja, sehen wir teuer. Ja. Ja, ok, aber ich mach direkt da. Also ja, eigentlich. Eigentlich kann ich es mir nicht bedienen. Ne, also ich werde schon mit Geld finden. Mit dem, was ich jetzt hier gerade finde. Das will ich gar nicht wissen. Das will ich gar nicht wissen. Und dann habe ich einen großen Fahrrad bestellt. Was hast du bestellt? Ich habe wirklich bestellt. Ich habe einen großen Plan aufgestellt. Ein Plan? Ob das nicht zu spät ist für deine Pläne? Hallo? Geht doch weg hier. Hallo? Lass mal los. Das große Fahrzeug hier hat sich festgefangen. Oh, cool. So cool. So cool. Oh, cool. So cool. So cool. nach ihm und die Zunruhe Prozent und erreichbar in den Träscher umsetzen ja ich muss nur kurz Prozent und dann kannst du bitte nein von uns was um Prozent können sie haben gleich mal um Mikado bescheid sagen dass er kommen kann er hat ja geschrieben er kommt wenn ich fertig bin gut dann danke Zeit ist Geld ja ich gut kannst okay soll ich da raus sitzen ja ich bin noch da gleich so eventuell kriegt man zwei Ladungen Silage pro Tag und jetzt der Preis steigt weiter es hält mich aber nicht davon auf trotzdem zu verkaufen weil sonst kommen wir wieder gar nicht mehr rum mit der Silage verkaufen und wir haben ja auch noch wir werden ja in den nächsten Tagen auch noch mal Ballenpressen von dem her läuft alles rund wenn er jetzt dann der Träscher noch auf Feld 7 ist dann haben wir schon 150.000 Gäste dann fehlen noch 100.000 vielleicht gefährt hier keiner da bin ich wieder da bin ich wieder danke danke so ich denke sie denken sie denken oder oder was wer will Geld ich will Geld ich will Geld ach sie geben mir Geld sie wollen Geld sie geben mir Geld sie wollen Geld ich habe Geld ich brauche Geld ich bin nicht arm lieber Arm dran lieber Arm dran wie Arm ab wie Arm ab ja da hast du wirklich so dann weiter geht's weiter geht's Volldampf durch die Ortschaft zum Glück gibt's hier keine Bußgelder das wird beim RP Projekt anders was gibt's hier was gibt's hier keine Bußgelder na schon das nur noch wenn man gekürt hat Strafzettel aha ups die Autos warte mal hab ich da etwa gehört beim RP Projekt aktiv hä beim RP Projekt ist es dabei oder ja logisch hallo RP eigentlich eigentlich muss man es sogar Realplay nennen rollt man da du vielleicht schon ich weiß ja nicht kommt immer auf die ach nein das wäre jetzt böse gewesen hä also also gehen sie nur also ich weiß ja nicht was sie mit ihrem Auto tun ob sie damit gehen was ein Gehrad ist aber ich wollte grad sagen es kommt immer auf die Körpermasse an also ich habe so das Gefühl dass hier der Jürgen gar nicht so richtig aufpasst wegen nee alter ich hasse dieses Fahrzeug ich weiß nicht weshalb ich das okay hallo oh man er kommt da so angerast ich fahre sogar extra zur Seite vielleicht erst abkanken und er fährt mit voller Karache gegen mich hier das ist alles meine Schuld hä wie soll das denn jetzt meine Schuld sein ich bin sogar an die Seite gefahren und er ist voll gegnisch gefahren also das finde ich jetzt ein bisschen doof von dem ich sehe mir einfach die Schuld ja ja jeder wie er es braucht ja wie er es braucht ja wie er es braucht hallo stehen sie mir doch mal ein bisschen hinter nicht in diesem Projekt ach stimmt stimmt ja ich habe Hauptsache ich mache sogar extra schon so einen Kurs wo man lernt sich scheiße zu sagen aber ja scheiße wo man was lernt nein ganz spannend aber wo man lernt sich nicht mehr scheiße zu sagen knicke oder was ja ja was kommt der jetzt los hier weißt du was wirklich das Schlimmste noch sein wird im Roleplay Projekt wenn man da mit dem Mähdrescher arbeitet ja selbst anzähnen finde ich schwierig Alter der kommt da nicht raus das gibt es nicht ja weil man halt wirklich ne ausmessen muss äh wie lang es ist vielleicht warte gibt es ein Maßband hä? für was denn? ein Maßband für ähm ja keine Ahnung einfach ein Maßband gibt es das? ja wofür baust du beim Dreschen ein Maßband? ja guck mal wenn du doch weißt wie lang das Schneidewerk vorne ist dann kannst du einfach und von einer Felgecke dann einfach rüber machen bis dahin äh wo das dann auf hat und dann weißt du genau äh wohin du machen äh ja bis wohin du drücken musst äh ja bis wohin du drücken musst also wie lang das ist check ich nicht weil du meinst wegen der Schneidwerksbreite ja genau ja aber du musst ja dann markieren dass du siehst wie breit deine deine Reihe fahren musst eigentlich ja jetzt hast du meine Maßband nicht dabei denn ich habe auch gemacht schriftlich ja aber wenn du im Fahrzeug sitzt nicht mehr also hallo 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 ja sehr produktiv wieder heute ja also von mir einmal 800 äh was war das das war einmal den rl fahren ja den drascha umsetzen und abtanken und jetzt noch das schaden und jetzt noch das schaden kommt dann gut 800 ja ja und den für den herren caro 600 für 600 ok machen wir äh hier was war das denn gerade eben mit ihrem Lohnunternehmer der ist voll gegen mich gefasst das ist alles ihre schuld ja meine schuld ich habe reif gemacht auf der straße hier wenn man mimetisch erfährt ist ja wohl logisch immer diesen schweiz 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 ok gut dann wären wir am Ende der Folge angelangt wenn es euch gefallen hat vielleicht auch einen Kommentar nicht vergessen genau und immer besser bis morgen haut rein macht's gut ciao 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 ciao